Was wird's tun, ey? Hier gibt's Waffe, die nehmen wir gerade. Oder kommt, ist mir eigentlich egal. Ähm... Weißt du was? Ja, schau mal, wie hier keine Munition mehr... Ah, haben wir jetzt schon nicht mehr, toll. Können wir noch wieder so weitermachen. Können aber auch diese hier benutzen. Oh, oder das hier. Oh, das war... das war ein Team. Okay, wir müssen hier weg. Winko! Da bist du! Das war gerade schon... wirklich knapp. Dabei wollte ich doch nur so'n Ding... Äh, so'n Ding... an ihm anheften. Weiter macht das jetzt... Bumm! Genau! Überlege! Oh! Ach so! Und bis! Hui! Oh, das sah gar nicht gut aus! Doch, das sah aber... das sah perfekt aus! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Hehehe! Doink! Oh, das hat Bumm gemacht! Können wir die Dichtung nehmen? Warum nicht? Schade! Was willst du denn? Achtung! Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position! So! Was können wir denn noch machen? Wo ist der Helikopter? Da ist der Helikopter! Komm mal hier runter! Komm mal hier runter! Eine Eliteeinheit ist unterwegs zu eurer Position! Ja, dann lass'n wir kommen! Wird bestimmt helft! Sichtkontakt verloren! Alle Mann ausschwärmen! Sollen wir mal den Panzer benutzen? Oder sollen wir ihn zerstören? Komm, wir zerstören! Nie, nein! Oh, hier sind ja zwei! Ui, ha! Oh, ha! 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 Perfekt! Hilfe! Ich seh nichts mehr! Check ihn fest! Wacht jetzt Bumm! Er ist wacht Bumm! Tschüss! Na? Na? An alle Einheiten! Oh! Verfolgung! Verfolgung aufnehmen! Weg hier Rico! Kurze Pause! Oh, meine Nase juckt! So, geht wieder! So, können wir das jetzt nochmal versuchen? Hi! Na, wie geht's? Nein! 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 Daaaah! Jetzt sind wir tatsächlich gestorben! Ich werde nicht mehr! Junge, Junge, Junge! Das darf doch nicht wahr sein, ey! Jetzt sind wir hier wirklich gestorben! Ach, Mann! Nein! Ein Palscher! Ja, jetzt würden wir hier wirklich fast alles von vorne machen! Na, dann wollen wir mal! Okay! Ich will, ich will trotzdem mit dem ja weitermachen! Wie ist das? Ja, wie ist das denn? Sag's du mir! Äh, sag du's mir! Okay, da ist scheiße! Das ist doch wirklich scheiße! Oh! Verstärkung ist unterwegs! Durchhalten, guten Team! Oh! Große Falljammel! Höhe! Aus dem Weg! Ziel ist auf der Flucht! Sichtkontakten sofort wieder herstellen! So, was können wir denn hier noch, äh, explodieren lassen? Das, äh? Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch! Bodentruppen? Ah! Wenn hier gleich wieder Panzer sein sollte, dann werden wir uns entnehmen! Und dann, würden wir hier noch mehr Verpustung machen! Vielen Dank! Das könnte Ärger geben! Ich liebe Ärger! Ich liebe Ärger! Jaja! So, was haben wir denn noch? Weg hier! Gleich explodiert es! Was denn? Achso, das da! Ja, hier! Hundet! Das war vielleicht nicht ganz so schlau, aber hey! Wir sind der Sieger irgendwo! Wir schicken Verstärkung zu eurer Position! Das macht uns gar nichts! Das war das! Und das war das! Yeah! Äh, wo müssen wir denn die Flagge sitzen? Willkommen zur Verstärkung! Alle Einheiten hierher! Ich wiederhole! Alle Einheiten hierher! Bin ich blind oder? Hast du einen Namen? Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Ich hab hier grad mal ne Flagge zu sitzen! Verstanden! Verstärkung ist unterwegs! Die Zentrale! Das Ziel ist immer noch da draußen! Findet ihn! Nö! Nicht mehr nötig! Die Garage dieses Ortes ist jetzt geöffnet! Vielen Dank! Zürbiko-Sprint! Neue Herausforderung freigeschaltet! Zürbiko-Sprint! Teufelskerr-Sprint! Neue Herausforderung! Zwei von vier Ansiedlungen! Eine Stadt nach der Anderen! Jo! Ein am Blickrad! Zürbiko-Sprint! Hallo Freunde der Rebellion! Ich freue mich verkünden zu können, dass Zürbiko nicht mehr von Diravellos Milizen terrorisiert wird! Der Kampf geht weiter! So! Da bin ich wieder! Vielen Dank fürs Warten! Ich musste grad mal was trinken! Das war grad irgendwie wichtig! Ähm! Weißt du was Oma? Ich mag nicht! Ich mach die da jetzt mal! War das so? Hehehehe! Ah! Ah! Warte mal gerade! Warte doch mal! Stopp! Halt mal an! Nein! Hallo! Ah! Ich wollte so ein bisschen забville! Ah! 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 Lass mal aufhören. Bist du jetzt fertig? Ich will doch mal grad hier so... Und los geht's. Mal gucken, was noch hier ist. Hui! Hehehe, ein Kreisel. Hui! Oh, tut mir leid. Ah, mir nur ein bisschen. Schuss hier nochmal. Nock. Und... Stong! Los, beweg dich! Positives, gerade. Moing! Ach ja, äh, geht ja nicht. Ne, bleiben! Sie brauchen hier einen Düsenantrieb. Das ist sehr wichtig, das muss man jetzt haben. Äh, weil sonst geht das nicht. Moment, ich mach's nicht gleich wieder los, einen Augenblick. So, jetzt dürfen Sie weiterfahren. Können Sie's ruhig gerne grad noch drehen? Ja, genau. Und jetzt dürfen Sie weiterfahren. Genau. Wie Spaß mit dir, heute ist es noch nicht. Oh, ich glaub der hat noch bisschen, äh... Ja, äh... Da muss man das 1,2niej kriegt! Ah, äh, nein! Bö zobaczyLS, NEJK! Boah... Ha.. Hehehehehehe! ja und da so wenn ich das jetzt los machen und dann hier drauf so beschreiben sie mal was sie fühlen ich habe den gerade gerettet man kann hier schon ein bisschen bauen, das ist unfassbar sie brauchen auch noch den neuen Riesenantrieb viel Spaß damit oh, das war nix das war die Laterne ok kommt der hier rüber? Tatsache oder? ach weiss was, hier, der fährt wenigstens jetzt nicht mehr man, der sollte sich noch mal so drehen wie vorhin ich habe die Webse schon ich helfe den Rebellen mal wiederaufbau des Marktplatzes sie bezahlen mich zwar nicht dafür, aber ich arbeite auch nicht wirklich und es besteht die Chance, dass sich was daraus ergibt wenn sich die Lage erstmal stabilisiert was soll sich denn daraus ergeben? kriegst du kein Geld los also ne das hier ist äh grad schon ein bissen wichtig wie krieg ich das denn jetzt unter dem? ach war du, gekehrt! die auch nach dem das war das Auto wir würden so nix halt stopp da die Sohn einer hin da einer hin oh der ist bis wo ist tot sogar ist passiert jetzt etwas knapp Ah, hier! Ah, hier! Oh, machen wir's an dem! Nicht! Dann machen wir's an dem da! Ne, bleiben! Ich muss hier doch mal grad drunter! Versteh das doch? So, vielen Dank! Ah! Wieso ist auch tot oder was? Mal umstellen die hier alle! Perfekt! Da einer hin! Da einer hin! So, und für die Flugstabilität muss da einer hin! Und, ähm... Dort muss auch einer hin! Was ist denn jetzt los? Wie stellt das Auto wieder auf die Arena? Dann dürfen sie weiterfahren. Oh, der hat da keinen Nuss mehr zu. Na dann! Das funktioniert ja fast, ne? Konzentri...